GNTM Gewinnerin L.O.V.E.L.Y.N. kehrt Instagram den Rücken. Mir geht's mental aktuell nicht gut. Hamburg, die ehemalige Germany's Next Topmodel, Gewinnerin Loughlin Ennebechi, 26, hat sich am heutigen Dienstag in ihrer Story von Instagram verabschiedet. Ihr Lieben, ich melde mich hier erstmal für eine unbestimmte Zeit ab, schrieb die Hamburgerin am Morgen. Mir geht's mental aktuell nicht gut und ich brauche die Zeit für Levi und mich, begründete sie ihre überraschende Entscheidung. Söhnchen Levi kam vor rund einem Jahr auf die Welt und hält seither die junge Mutter auf Trab und raubt ihr auch gerne mal nachts den Schlaf. Ab und zu werde nochmal eine Kooperation auf Instagram zu sehen sein, weil diese schon länger geplant seien, so die Influencerin weiter. Seht mir das bitte nach. Über die Hintergründe zu ihrem Zustand sprach die 26-Jährige am Montag nicht. Eins scheint allerdings klar zu sein. Die GNTM Gewinnerin hat eine schwere Zeit hinter sich. Ob der Abschied aus den sozialen Medien mit ihrer kürzlichen Trennung von, noch, Ehemann Timo zusammenhängt, lässt sich nur mutmaßen. Loughlins Ehe scheiterte nach nur einem Jahr. Anfang August hat Loughlin, rund ein Jahr nach der Hochzeit, die Trennung auf Instagram bekannt gegeben. Ja, wir sind getrennt. Levi und ich sind vor einigen Monaten ausgezogen, und ich bin eine stolze, alleinerziehende Mutter, schrieb sie damals in ihrer Instagram-Story. Auch in diesem Fall behielt sie weitere Details zur Trennung für sich. Ihr gemeinsamer Sohn, der kurz nach der Hochzeit auf die Welt kam, würde seinen Vater allerdings regelmäßig sehen, so Loughlin weiter. Auf die Frage, ob sie glücklich sei, reagiert die 26-Jährige damals recht verhalten. Ich bin nicht unglücklich. Aber es gibt echt Tage, wo ich einfach super traurig und alleine bin. Wirklich besser scheint es der Single-Mama auch heute nicht zu gehen. Wirklich besser tasting. Also, was hier wird die dieser Seite klargez presse zusammen. Auf ihn wie man sieht, wie man sieht, ist ein Halos drauf, montón cultiv Greatest und St buried ist нее zum Teil, aber auch dass ein gesund ist, dass er klütsligt ou ist. Erüşenbiste untertitelt unter Meghan